Ich begrüsse euch ganz herzlich zur Einweihung von unserem schönen Umbau und unserem neuen Haus. Und wegen des Lachsbrätlis! Hey! Was hat der gesagt? Nicht! Ah, wird sie sich beruhigen, Herr Hugerdoppel. Es geht ganz sicher nie ein bisschen. Entschuldigung, auch Sie, liebe Gäste, begrüße ich ganz herzlich und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ha! Die sind doch noch oben weg und gerade ins Essen und süffen da! Ja, ich hoffe, aber die haben für ein Grasbrätli! Bitte, meine Herren, bitte! Hey! Was hat der gesagt? Schon wieder nichts? Ah, gut! Nach der anschliessenden Feierung, durch unser schönen Haus, bin ich überzeugt, dass die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen stark ansteigen wird. Ach, da bin ich auch überzeugt, Herr Nägelig. Ich glaube, bei uns werden Sie die Türen einrennen, während die Nachfrage dann in den Madlen von Monat auf Stunden zurückkommt. Ja! Ja, und dann gibt es ein herzliches Lachsbrötli! Hey! Was hat der gesagt? Sind wir am Lassen? Aha! Wir müssen nur ein wenig warten. Es gibt ganz sicher und bleibt etwas zu essen. Im Übrigen begrüße ich herzlich die Vertreter der Brattler-Medien. Vom Brattler-Anzeiger, Frau Fifa, und vom Lokalfernsehen, Bratteln-Nex, für Herrn Sutter. Wenn Sie jetzt gerade noch Fragen hätten, könnte ich noch eine Antwort geben, Herr Sutter. Ja, es fällt mir jetzt gerade nichts ein, im Moment. Also, ich bin ja nur tot zum Filmen. Aha, aber halt! Eine Frage hätte ich noch. Das interessiert mein Fernsehpublikum. Ist der Lachs auf den Brötli aus Zucht oder aus Wildfunk? Das weiss ich nicht genau. Aber ich hoffe garantieren, er ist ganz frisch. Aha! Ich hoffe nur, er ist frischer. Wird die Insassen da drin? Oh! Oh!